Urdorf, Braumgarten, Rudolfstetten, Spreitenbach, Lenzburg, Winterthur, Uster, Küsnach, was haben die alle zusammen gemeinsames? Genau, die haben das R im Namen. All, ausser Küsnach, aber ist ja gleich. Und was haben sie noch gemeinsam? Überall dort hat es eine Tanzfabrik von den Sarah Heldner. Überall. Und jetzt kommt der neue, und zwar in Zürich, ganz genau. Das war wirklich noch nötig. An der Bedenstrasse, 77, das ist gerade in der Nähe vom Bahnhof, enge. Ja, dort müsst ihr vorbei. 5.6., das heisst, nächstes Wochenende ist Tag der offenen Tür, Tage der offenen Türren, wahrscheinlich. Ja, alles was ich kann und ich bin wirklich, ich kann mich sehr, sehr gut bewegen, Tänzerisch. Ja, ihr seht das vielleicht nicht, spürt das jetzt auch gerade. Merkt es? Ja. Ja, ja, dann habe ich alles bei der Sarah Heldner gelernt. Dann müsst ihr unbedingt vorbei. Also, Wochenende, Tag der offenen Tür, gehen vorbei, Tanzfabrik Zürich. Ich freue mich. Vielleicht bin ich auch noch dort, das kann sein, aber ganz sicher bin ich nicht, ich muss selber noch arbeiten, aber vielleicht reicht es mir gleich. Ich freue mich, meldet euch an, gehen vorbei. Und weg!